Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wie jeden Sonntag mal wieder ein Video zu meiner Make-up-Kollektion und ich möchte euch heute meine Foundations und Concealer zeigen. Ich packe das beides so in ein Video, weil ich nicht so extrem viele Produkte habe und ich finde es besser, wenn es beides so in einem Video miteinander ist, weil Concealer und Foundation eben für mich auch so zusammen gehören. Es gibt Concealer für mich, die ich als Foundation sozusagen benutze, und deshalb möchte ich das gerne in ein Video packen. Ich verlinke euch wie immer alle Videos zu den Produkten in der Infobox. Solltet ihr hier Produkte sehen, die ich noch nicht benutzt habe, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr gerne dazu ein Video sehen möchtet oder ja, falls ich sie mal in einem Shop My Stash zum Beispiel benutzen soll. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir starten mit meinen High-End Foundations. Ich werde es dieses Video so machen, dass ich sie nicht swatche. Es hat einen bestimmten Grund. Ich finde im letzten Foundation-Video, ich hatte ja die Foundations auf meinem Innenarm geswatcht und am Innenarm bin ich einfach heller als im Gesicht zum Beispiel. Deshalb fand ich es, war es jetzt nicht so eine gute Darstellung davon, welche Foundations mir wirklich passen und welche nicht. Deshalb guckt da gerne immer in meine Shop My Stash-Videos rein. Da habe ich schon wirklich sehr, sehr viele Foundations getestet. Und solltet ihr von der Hautfarbe her so sein wie ich und ihr möchtet gerne einen Swatcher zu sehen, dann lasst mich das wissen. Dann mache ich euch ein Bild davon, wie es bei mir am Gesicht wirkt oder keine Ahnung. Irgendwie kriege ich dann das Swatch-Bild zu euch. Aber meiner Meinung nach macht es halt nicht so viel Sinn, die Foundations zu swatchen. Jetzt wollte ich schwatschen sagen. Genau. Deshalb gibt es dieses Video keine Swatches zu den Foundations, sondern ich zeige sie euch. Und wenn ihr eine Foundation in dem Video sehen wollt, dann lasst mich das gerne wissen. Dann mache ich das noch. Genau. Wie gesagt, wir starten mit meinen High-End-Foundations. Ich fange mit Too Faced an. Da habe ich einmal die Peach Perfect Foundation in der Farbe Snow. Ich gebe euch jetzt immer so eine kleine Mini-Review zu der Foundation, wenn ich euch schon keine Swatches zeige. Ich mag sie sehr gerne. Es ist ja eigentlich eher eine Foundation für ölige Hauttöne-Typen, weil sie oil-free ist und auch Oil-Control hat. Allerdings ist es eine Comfort-Mut-Foundation und deshalb kann ich sie sehr, sehr gut mit meiner trockenen Haut auch tragen. Also sie setzt sich bei mir nicht unangenehm an die trockenen Stellen, sondern funktioniert für mich wirklich sehr, sehr gut. Mögt ihr aber Dewy-Foundations, die trotzdem Full-Coverage sind, dann ist von Too Faced die Dewy-You-Foundation was für euch. Bei den Too Faced-Foundations habe ich immer die Farbe Snow, weil die mir sehr, sehr gut passt. Sie passt mir nicht im tiefsten Winter, wenn ich extremst bleich bin, weil ich kein Sonnenlicht sehe, so in etwa. Aber normalerweise passt sie mir. Es ist eine Full-Coverage-Foundation, aber die trotzdem so einen leichten Glow hat. Sie hat Bestandteile drin, die sehr, sehr gut für eine trockene Haut geeignet sind. Also wenn ihr so seid wie ich, trockene Haut, mögt aber trotzdem Full-Coverage, dann ist das eine sehr, sehr gute Foundation für euch. Und die letzte Too Faced-Foundation, auch in der Farbe Snow, das ist die Born This Way Foundation, ist eine Medium-to-Full-Coverage-Foundation und funktioniert für mich auch sehr, sehr gut. Als nächstes Brand machen wir dann Fenty. Bei Fenty habe ich nämlich auch mehrere Foundations. Und zwar habe ich da einmal die Pro Filter Hydrating Longwear Foundation in der Farbe 100. Die meine ich, habe ich noch nicht getestet, kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und ja, muss das mal unbedingt noch nachholen. 100 ist aber eine sehr, sehr gute Farbe für mich. Dann habe ich die bekannte Pro Filter Matte Foundation. Funktioniert nicht für mich. Ich muss es aber mal noch probieren, weil meine liebe Cousine mir als Tipp gegeben hat, dass ich mal Öl drunter geben soll. Für sie hat es ganz gut funktioniert. Das muss ich mal noch ausprobieren, weil die sich bei mir echt an jede trockene Stelle gesetzt hat, die es so ungefähr in meinem Gesicht gibt. Und von der ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Ja, deshalb werde ich den Tipp mal noch berücksichtigen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann muss ich sie leider gehen lassen. Und als letztes habe ich die Eastrop Blurring Skin Tint Foundation sozusagen in der Farbe 1. Fand ich eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, hat eine gute Deckkraft, ist aber trotzdem an sich ein bisschen leichtere Foundation und hat für meine Haut deshalb auch ganz gut funktioniert. Von Urban Decay habe ich zwei Foundations. Einmal die Stay Naked Foundation in der Farbe 10NN. Hat für mich sehr gut funktioniert. Ist eine sehr, sehr flüssige Foundation. Auch so ein bisschen schwerelos auf der Haut. Hat für meine trockene Haut aber sehr gut funktioniert. Hier seht ihr die Farbe vielleicht nochmal besser. Genau. Mich stört hier nur das Packaging. Wie auch bei den ganzen Tuben Foundations, weil es einfach so groß ist, dass es nicht aufrecht in meiner Schublade stehen kann. Da kommt der kleine Monk wieder in mir raus. Aber ansonsten eine sehr gute Foundation. Und die zweite Urban Decay Foundation, die mochte ich sehr, sehr gern. Das ist die Hydromaniac Foundation von Urban Decay. Habe ich in der Farbe 10, Ultra Fair. Ja, ist eher wie so ein Tinted Moisturizer. Hat trotzdem eine sehr, sehr gute Deckkraft, finde ich. Und sitzt wirklich sehr schön auf meiner Haut. Von It Cosmetics habe ich die CC Plus Cream. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, ob ich die mal getestet habe oder nicht. Ich habe die Farbe Fair. Wenn, dann muss es wirklich schon ewig her sein. Muss ich einfach mal nochmal testen, weil ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Eine Foundation, die ich aber sehr, sehr gerne mag, ist die Hourglass Stick Foundation in der Farbe Porzellan. Ja, wenn man es mal runterdreht. Die habe ich sehr, sehr gut schon benutzt. Ist trotz dessen, dass es eine Stick Foundation ist, sehr gut für meine trockene Haut geeignet. Ich habe die auch gemischt mit der Born This Way Foundation an meiner Hochzeit getragen. Es war so ungefähr 32 Grad draußen. Also wir haben im Sommer geheiratet. Und es war echt extrem heiß. Bei mir ist nichts verrutscht. Es saß alles super auf meiner Haut. Und ja, also die mag ich sehr gerne. Nur muss ich dazu erwähnen, man muss eine gute Pflege drunter geben natürlich. Und wenn es jetzt so Minusgrade draußen hat und ich mal vergessen habe, meine Haut ein bisschen zu pflegen, dann setzt sie sich schon an meine trockenen Stellen ab. Aber wenn ihr eine gute Skincare Routine habt und ja, trotzdem trockene Haut habt, funktioniert sie gut. Die Beauty Blender Bounce Foundation in der Farbe 1,10N habe ich sie. Ja, die mochte ich sehr gerne. Ich finde, das Packaging ist so gewöhnungsbedürftig. Also ihr könnt hier draufdrücken, dann kommt das Produkt hier raus und ihr könnt mit dem Beauty Blender draufgehen sozusagen. Dafür ist sie halt gemacht. Ich finde es eine ganz gute Foundation. Ich muss auch sagen, dass die Farbe mir sehr, sehr gut passt. Aber ja, ist jetzt nicht die beste, die ich je probiert habe. Von Rare Beauty habe ich die Foundation in 110N. Ich habe sie, glaube ich, nur ein oder zweimal getestet. Fand sie da eigentlich ganz gut. Muss aber noch so ein bisschen mehr austesten, um wirklich sagen zu können, ob sie gut für mich funktioniert oder ob das halt so Einzeltage waren, an denen es gut war. Eine Foundation, die für mich nicht gut funktioniert hat, war die Huda Beauty Foundation. Ich habe sie in der Farbe 100B Milkshake. Das ist schon die reformulatete und ich muss trotzdem sagen, dass sie sich an jede kleine trockene Stelle abgesetzt hat. Ich muss sie mal probieren, wenn meine Haut wieder ein bisschen besser ist. Gerade ist sie zu trocken, um sie nochmal auszutesten. Dann versuche ich sie nochmal und wenn sie dann auch nicht funktioniert, muss sie leider gehen. Die Studio Fix Fluid Foundation von MAC mag ich sehr gerne. Ich habe die Farbe NW10. Funktioniert super für mich. Ja, ist eine ganz, ganz tolle Foundation. Ihr habt auch ein bisschen SPF noch mit drin. Falls ihr euch bei MAC mit den Farben nicht sicher seid, geht da in den Douglas oder in den MAC Store zum Beispiel. Ich war in den MAC Store und habe mir die Foundation auftragen lassen, um halt zu gucken, welche Farbe wirklich funktioniert und dabei ist die hier rausgekommen. Verhält sich sehr, sehr schön auf meine Haut. Der Ton passt perfekt. Also das ist wirklich eine tolle Foundation. Von Benefit habe ich einmal die Hello Happy Flawless Brightening Foundation in der Farbe 1, in der Travel Size. Das mag ich bei Benefit sehr gerne, dass ihr die Foundations in Travel Sizes auch kaufen könnt, weil ich es eine gute Möglichkeit finde, mal zu testen, ob die Foundation für einen funktioniert. Und ja, die kleineren Größen sind da halt sinnvoller, sonst kauft ihr gleich eine große und es funktioniert nicht und ihr habt eine große Flasche zu Hause stehen. Und bei den Travel Sizes ist es dann nicht ganz so viel Produkt, was da vielleicht verloren geht. Deshalb hatte ich mir auch von der Hello Happy Soft Blur Foundation in der Farbe 1 die Travel Size gekauft. Ist halt ein kleines, süßes Baby, ne? Machen wir weiter mit meinen Drogerie-Foundations und es geht als erstes los mit dem Brand L'Oreal. Da habe ich einmal die Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation in der Farbe 15 Porzellan. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ist wirklich eine super Foundation. Also ich muss sagen, dass L'Oreal Foundations, zumindest die zwei, die ich habe, spitze für mich funktionieren. Also, ja, mag ich sehr gern. Ist sehr gut für meine trockene Haut. Und meine absolute Lieblings-Foundation, man sieht es schon, wie gut sie benutzt ist. Das ist, glaube ich, die zweite oder dritte Flasche, die ich benutze. Ich habe sehr, sehr viele Foundations, weshalb ich auch nicht so oft nachkaufen muss. Aber das ist eine, die ich immer wieder nachkaufe. Ich liebe die, die Perfect Match Foundation. Ich habe die Farbe 0,5N Porzellan. Perfekter Hautton für mich. Ihr habt auch so ganz, ganz leichte goldene Glitzerpartikel hier drin. Also man sieht sie auf der Haut aber nicht, sondern sie machen einfach ein wunderschönes Hautbild. Wie gesagt, meine absolute Lieblings-Foundation. Deckkraft ist super, passt toll zu meiner ein bisschen trockeneren Haut. Und ja, also wenn ich euch eine Foundation empfehlen muss, egal ob Drogerie oder High-End, würde ich immer die Perfect Match Foundation nennen. Als nächstes kommen wir zu Maybelline. Maybelline Foundations mag ich auch gerne. Funktionieren auch sehr, sehr gut für mich. Ich habe einmal die Super Stay Active Wear Foundation in der Farbe 03 True Ivory. Funktioniert auch sehr, sehr gut für mich. Ja, ich muss sagen, dass es eine gute Foundation ist. Ich wollte jetzt gerade nur gucken, ob ein paar Claims draufstehen, aber nee. Sie soll 30 Stunden halten. Das habe ich natürlich nicht ausprobiert, weil, wer trägt seine Foundation 30 Stunden? Ja, funktioniert aber sehr, sehr gut für mich, muss ich ehrlich sagen. Gut auf meiner trockenen Haut auch. Und ja, die Sache ist ja die, das ist eine matte Foundation. Eine sehr matte Foundation. Oft hat man da ja mit trockener Haut Probleme, aber das ist bei mir mit der hier nicht so. Die Dream Radiant Liquid Foundation mag ich auch sehr gern. Da habe ich die Farbe 0,5 Fair Porzellan. Funktioniert super, ist eine sehr, sehr feuchtigkeitsspendende Foundation. Ihr seht auch, dass Hyaluronsäure zum Beispiel mit drin ist. Ja, Super Foundation ist ein bisschen feuchtigkeitsspendender als jetzt die andere, die ich euch davor gezeigt habe. Also wenn ihr wirklich extrem trockene Haut habt, würde ich euch vielleicht eher zu der hier raten, weil das wirklich eine Spitzenfoundation ist. Tolle Deckkraft, also die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die Super Stay Stick Foundation habe ich in der Farbe Let Me Have a Look 003 habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich werde es auch bestimmt nicht mit dem Sponge hier ausprobieren, aber ja. Ist schon ein bisschen länger in meiner Sammlung, nur habe ich mich noch nicht so ganz herangetraut, weil ich ehrlich gesagt nicht so ein Riesenfan von Stick Foundations bin. Ich wollte sie aber einfach mal ausprobieren, weil ich ja die flüssige Version dazu sehr, sehr gerne mag. Und ja, ich freue mich schon drauf. Die Instant Age Rewind Eraser Foundation habe ich auch noch nicht ausprobiert. Den Concealer davon mag ich ja sehr, sehr gerne. Ja, ich habe die Farbe 120 Creamy Ivory. Ich hatte mir die in L.A. gekauft, als ich das letzte Mal da war. Da gab es die Foundation nämlich tatsächlich noch nicht in Deutschland. Ihr seht hier bei Rite Aid gekauft. Mittlerweile gibt es sie ja in Deutschland. Ich muss erst mal gucken, ob die überhaupt noch gut ist. Sie ist noch nicht geöffnet, aber kann ja trotzdem schlecht geworden sein. Erst mal schauen, ob sie überhaupt noch gut ist. Und wenn sie es nicht mehr ist, dann werde ich mir die hier in Deutschland auf jeden Fall mal kaufen, um sie auszuprobieren. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie sie funktionieren wird. Auch gerade mit dem Sponge-Applikator hier oben drin. Jo, mal schauen. Es folgt die Marke Catrice. Die True Skin Hydrating Foundation mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe die Farbe 002 Neutral Ivory. Ja, ist auch mit einer meiner liebsten Foundations aus der Drogerie, muss ich ehrlich sagen. Sie funktioniert für mich sehr, sehr gut. An manchen Tagen, an denen meine Haut extrem trocken ist, habe ich bei der schon das Problem, dass sie sich an meine trockenen Stellen anhängt, obwohl es eine Hydrating Foundation ist. Also wenn meine Haut wirklich extrem schlecht ist, funktioniert sie nicht. Ansonsten muss ich aber sagen, dass sie für mich sehr, sehr gut funktioniert. Die Clean ID BB Cream mag ich auch sehr, sehr gerne. Hier habe ich die Farbe 005 Fair Neutral. Ja, funktioniert für mich super. Ist eine leichtere Deckkraft, weil es eben halt nur in Anführungszeichen eine BB Cream ist. Aber ja, für euch BB Cream Lover kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Dann geht es weiter mit Essence. Da habe ich einmal die Fresh & Fit Foundation. Das ist die Reformulated in der Farbe 005 Fresh Porzellan. Ja, ich finde sie ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Es ist Niacinamid mit drin, was für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich benutze jeden Abend auch Niacinamid. Und deshalb funktioniert es für mich sehr gut. Ist eine sehr feuchtigkeitsspendende Foundation. Ja, passt für mich von der Farbe auch sehr gut. Wie gesagt, ich muss sie mal wieder benutzen. Aber ansonsten eine sehr schöne Foundation. Und die Pretty Neutral Foundation mag ich auch sehr, sehr gerne. Wenn ich jetzt bei Essence mich zwischen den beiden Foundations entscheiden müsste, würde ich die Pretty Natural nehmen. Hier habe ich die Farbe 020 Neutral Alabaster. Genau, ihr habt Hyaluronsäure mit drinnen. Hat eine sehr natürliche Deckkraft. Also ist ein bisschen stärker als eine BB Cream. Aber trotzdem leichter als manch anderes Make-up. Für mich funktioniert es sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Meine Haut sieht sehr schön damit aus. Und ihr habt auch eine wirklich gute Farbrange bei der Foundation hier. Kommen wir dann zu American Drugstore sozusagen. Und zwar Milani. Da habe ich einmal die Conceal & Perfect Foundation in 00A Porzellan. Funktioniert für mich sehr gut. Ist allerdings eine festere Foundation, weil es eben 2 in 1 ist. Also Foundation und Concealer. Ist also ein bisschen dicker von der Konsistenz. Hat eine extrem gute Deckkraft, durch das, dass es halt auch als Concealer gilt. Ja, funktioniert für mich aber sehr, sehr gut. Nur auch hier, wenn ich extrem trockene Haut habe, funktioniert sie für mich nicht, weil sie halt dann einfach zu dick ist, um sie bei meinen trockenen Hautstellen auszublenden. Ansonsten aber wirklich sehr, sehr schön. Die Screen Queen Foundation habe ich in der Farbe 110 Cool Porzellan. Ich meine, dass ich sie mochte. Ich habe sie jetzt schon länger nicht mehr benutzt. Will deshalb jetzt hier auch kein falsches Urteil abgeben. Ich meine aber, dass ich sie gerne mochte. Und ja, muss ich einfach nochmal austesten. Von LA Girl habe ich einmal die Pro Matte Foundation. Habe ich tatsächlich noch nicht ausgetestet. Ihr seht, dass die noch eingeschweißt ist. Ich habe die Farbe Ivory. Ja, muss ich dringend mal austesten. Habe bis jetzt nur Gutes darüber gehört. Ich bin sehr gespannt, ob sie auf meiner trockenen Haut funktioniert, weil es ja eben eine matte Foundation ist. Aber ja, mal schauen. Vielleicht nehme ich sie mal irgendwann in ein Shop My Stash Video mit rein, wenn ihr sie gerne sehen wollt. Genau. Die Tinted Foundation habe ich allerdings schon ausgetestet. Mochte ich sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr natürliches Finish, wie ja hier vorne auch draufsteht. Ihr könnt es aber aufbauen. Hat für mich sehr gut funktioniert. Und ja, finde ich, ist eine schöne, leichte Foundation. Colourpop ist ja eins meiner liebsten Brands. Hier habe ich drei Foundations. Einmal die Pretty Fresh Foundation. Das ist eine sehr, sehr feuchtigkeitsspendende Foundation. Ich habe sie noch nicht benutzt. Ihr seht, dass der Deckel noch ganz sauber ist. Ja, muss ich dringend mal machen. Ich meine, dass ich in meinem Full Face Colourpop eine andere Foundation benutzt habe, weil die erst später rauskam. Aber ich freue mich schon sehr drauf, weil ich nämlich den Pretty Fresh Tinted Moisturizer sehr gerne mag. Der sieht jetzt nicht so schön aus. Muss man halt einmal nochmal durchschütteln und dann funktioniert das auch wieder. Ja, mochte ich sehr gerne. Sehr gut für trockene Haut. Und dann habe ich noch die No Filter Foundation in der Farbe Fair 30. Ja, die fand ich eigentlich ganz gut. Muss aber sagen, dass mir der Tinted Moisturizer ein bisschen besser gefällt. Von XX Revolution hatte ich diese... War das die Matte? Nee, ich glaube, das war die Shimmering Foundation. Steht hier jetzt auch ehrlich gesagt nicht drauf. Da hatte ich die Farbe FX 0,7. Ich weiß, dass ich die nicht so gerne mochte. Möchte sie aber einfach nochmal ein letztes Mal testen und wenn sie dann eben mir immer noch nicht gefällt, fliegt sie raus. Die Conceal & Define Foundation von Revolution habe ich in der Farbe F1. Die mochte ich eigentlich sehr gerne. Die... Das oder das ist ja die passende Foundation zu dem Concealer. Hat eben auch oben hier so diesen Doefoot-Applikator nachgemacht von der Shape Tape Foundation damals von Tarte. Genau. Hat für mich aber ganz gut funktioniert. Ist eine Full Coverage Foundation. Also hier ein bisschen Vorsicht. Wenn ihr extrem trockene Haut habt, weiß ich nicht, ob das für euch funktioniert. Für mich funktioniert sie an manchen Tagen und an manchen eben nicht. Und dann habe ich noch die Stick Foundation in der Farbe F3. Ja, ihr seht, komplett unbenutzt. Ich bin nicht der Riesenfan von Stick Foundations. Ich kaufe sie mir und sage dann, ich teste sie und habe dann so einen inneren Schweinehund, den ich irgendwie nicht überwinden kann, weil Stick Foundations für trockene Haut ja nicht so geeignet sind. Aber ja, ich muss es unbedingt mal noch probieren und dann mal schauen, ob sie bleibt. Kommen wir dann zu Wet & Wild. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe einmal die Dewey Foundation in der Farbe Soft Ivory und dann habe ich noch die normale Photofocus Foundation in der Farbe Nude Ivory. Ich mag beides sehr gern. Ihr seht nur den leichten Farbunterschied. Die hier ist ein bisschen mehr pink, die ist ein bisschen mehr gelb. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, erkenne ich beim Auftragen keinen Unterschied zwischen der normalen und der Dewey Foundation, weshalb ich sie beide sehr, sehr gerne mag. Ich habe auch noch die Cushion Foundation, die kommt eben so, dann klappt man die auf. Hier ist die Foundation. Mag ich sehr gerne. Hatte ich damals in den USA gekauft, weil es die Cushion Foundation eben bei uns in Deutschland nicht gibt. Muss ich unbedingt mal aufbrauchen, weil ich glaube, die vielleicht langsam auch nicht mehr gut ist. Aber das merkt man ja relativ schnell, ob Foundation noch gut ist oder nicht. Ich mochte sie vom Finish sehr, sehr gerne. Sie ist ein bisschen leichter als die Photofocus Foundation, hat aber trotzdem eine sehr tolle Deckkraft. Dann kommen wir als letztes, bevor wir zu den Concealern übergehen, noch zu so ein paar Miscellaneous Brands, also zu Marken, von denen ich immer nur eine Foundation habe. Da habe ich einmal die Sephora Best Skin Ever Foundation in der Farbe 04N. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch in der Infobox. Guckt da mal rein, dann seht ihr meine Meinung dazu, weil ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so doll dran erinnere. Von ELF habe ich die Flawless Satin Foundation in der Farbe Pearl. Ich meine, dass ich die gerne mochte. Das war eine gute Deckkraft, hat sich aber trotzdem toll ausblenden lassen. Also die habe ich auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten. Eine Foundation, die ich gar nicht mochte, war von Rival de Loup, das Invisible Fluid Makeup. Deshalb, ja, die habe ich mir nach dem Video, in dem ich sie benutzt habe, gleich zur Seite gestellt, weil ich sie aussortieren möchte. Hat mir einfach nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Auch die Morphe Foundation mochte ich nicht. Ich habe die in der Farbe Filter Light 1. Ich möchte sie aber noch mal austesten, um zu schauen, was genau mir nicht dran gefallen hat. Ich meine, es war, weil sie sich so extrem an meine trockenen Stellen gesetzt hat. Aber, wie gesagt, möchte ich noch mal testen. Für solche Foundations eignet sich oft so ein Shop My Stash Video, weshalb ich euch da auch immer Foundations anbiete, die ich schon lange nicht mehr benutzt habe und noch mal testen möchte. Und ja, da schaue ich noch mal und dann mal gucken. Das Rosy Touch Makeup von Trended Up mochte ich sehr gerne. Habe ich auch letztens erst getestet. Ich habe die Farbe 010. Hat super für mich funktioniert. Wie gesagt, eine leichtere Deckkraft, weil es eher wie so ein Tinted Moisturizer ist. Aber fand ich sehr, sehr schön von der Qualität. Von 183 Days habe ich noch die Babyskin Foundation in der Farbe 10. Die Marke gibt es ja nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass ich irgendwo in dem Video mal gesehen habe, dass sie gut sein soll. Ich habe sie noch nicht benutzt. Sie ist komplett zu. Ich muss mal gucken, dann, ob sie noch gut ist und sie dann mal austesten. Aber ich habe bis jetzt auch nur Gutes davon gehört. Und als letztes kommen wir zu der wohl schönsten Foundation, die ich habe. Dann gehen wir zu den Concealern. Die Foundation ist von Sisi. Ich zeige euch einfach mal die Flasche. Ja, unglaublich schön. Ich habe die Farbe C01. Sisi ist ja ein chinesisches, meine ich, Indie-Brand. Die Foundation hat mir sehr gut gefallen. Der Flakon ist natürlich wunderschön, mal ganz davon abgesehen. Ja, und war mal was Neues für mich zum Testen. Kommen wir dann zu meinen Concealern. Und da starte ich jetzt dieses Mal mit Drogerie und einmal mit der Marke Maybelline. Hier habe ich einmal den Instant Anti-Age Löscher Concealer in der Farbe 00 Ivory. Der ist komplett unbenutzt, weil ich mir den nachgekauft habe. Ich habe davon schon mehrere leer gemacht. Ich liebe diesen Concealer. Funktioniert unglaublich gut für mich. Das Einzige, was hier nur ist, ist dieses Schwämmchen. Ich trage das unglaublich gerne damit auf. Aber wenn ich einen Concealer anfange, der so ein Schwämmchen hat, landet er auf meinem Tisch und wird direkt durchbenutzt, bis er leer ist, weil das einfach unglaublich unhygienisch ist mit diesem Schwämmchen, wenn man das länger so unbenutzt eben lässt. Ja, deshalb kann man natürlich auch abmachen. Ich trage es aber halt gerne mit dem Schwämmchen auf. Benutze die Concealer aber halt dann durchgehend, wenn ich sie mal angefangen habe. Und den Super Stay Concealer in der Farbe 05 Ivory mochte ich auch sehr gerne. Ist halt wirklich ein Full Coverage. Also das ist wirklich Full Coverage. Ja, falls ihr sehr trockene Unteraugen habt, weiß ich nicht, ob der gut für euch funktioniert. Müsst ihr halt mal testen. Aber dann würde ich euch vielleicht eher zum Löscher Concealer raten als zu dem hier. Von Essence habe ich einmal den Camouflage Plus Concealer in Matt. Der wird auf jeden Fall rausfliegen. Ihr seht, der ist uralt. Da hat sich der Concealer schon angefangen so komisch unten abzusetzen. Also ja, mochte ich aber sehr, sehr gerne. Ich muss auch tatsächlich mal gucken, ob es den noch in der Drogerie gibt, weil ich mir den gerne danach kaufen würde, weil ich ihn, wie gesagt, sehr, sehr gut fand. Aber ansonsten fliegt der hier erstmal auf jeden Fall raus. Das vorab schon mal. Ich habe von Essence auch noch den Skin Loving Sensitive Concealer in der Farbe Let Me Have a Look. Irgendwo muss es stehen. 05 Fair. Den mag ich sehr gerne. Funktioniert super unter meinen Augen, muss ich ehrlich sagen. Falls ihr sehr sensibel auf so Duftstoffe, Silikon und sowas seid, ist die Sensitive Reihe von Essence sehr gut für euch, weil da das eben alles nicht drinnen ist. Und ja, also mit für mich einer der besten Concealer aus der Drogerie. Kommen wir dann zu Catrice und da kommen wir auch gleich zu einem Concealer, den ich sehr gerne mag, der aber leider rausfliegen muss, weil hier passiert das Gleiche wie bei dem Essence Concealer. Ich muss auch hier nochmal gucken, ob es den noch gibt, den Liquid Camouflage High Coverage Concealer, weil der extrem gut war. Ich habe den in der Farbe 005 Light Natural. Der funktioniert wirklich spitzenklasse für mich, also ein ganz, ganz tolles Produkt. Ja, muss ihn mir halt nur nochmal nachkaufen, weil der jetzt echt zu alt schon ist. Dann habe ich bei Catrice den True Skin Concealer, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Ich habe die Farbe 002 Neutral Ivory. Funktioniert für mich super in Verbindung mit der Foundation. Genau, das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung und welchen ich auch gerne mag, ist der Clean ID High Cover Concealer, den habe ich in der Farbe 003 Neutral Sand. Ja, funktioniert auch super. Bei Essence habt ihr ja die Skin Loving Sensitive Reihe, bei Catrice habt ihr die Clean ID Reihe, die auch silikonfrei ist und fragrance free, also je nachdem, welche Marke eben lieber mögt, gibt es mittlerweile auch zwei so Sensitive Reihen, was ich sehr, sehr gut für sehr empfindliche Leute finde. Von Colourpop habe ich dann den No Filter Concealer, den muss ich leider auch rausfliegen lassen. Ich sage es nur jetzt schon immer dazu, nicht, dass ihr in die Kommentare schreibt, iiih, das separiert sich voll und denkt, ich behalte es. Nein, die Sachen fliegen raus. Das seht ihr dann auch in meinem letztendlich die Glatter Video ganz am Ende nochmal. Ich sage es hier nur nochmal dazu. Ich habe die Farbe Fair 02, auch den möchte ich mir nochmal nachkaufen, weil ich den sehr, sehr gerne mochte. Bin nur einfach in der Fülle an Concealern, die ich habe, nicht dazu gekommen. Das heißt, die werde ich mir erstmal zur Seite stellen. Werde gucken, dass ich erstmal ein paar andere Concealer aufbrauche und wenn ich da dann durch bin, werde ich mir die nachkaufen, die ich jetzt eben aussortiert habe. Den Pretty Fresh Concealer von Colourpop mag ich auch sehr gern. Hier habe ich die Farbe Fair, man kann es kaum lesen, 10N. Ein sehr, sehr feuchtigkeitsspendender Concealer. Ja, funktioniert für mich super, gut in Verbindung mit der Pretty Fresh Tinted Moisturizer Foundation sozusagen. Ja, wirklich ein schönes Produkt. Kommen wir dann zu Revolution. Da habe ich einmal den Conceal & Define Concealer in C1. Das soll ja so ein bisschen entduped sein zum Colourpop Concealer und zum Tarte Shape Tape Concealer. Die drei stehen so in einer Verbindung. Ich muss aber sagen, dass der Colourpop und der Revolution Concealer nicht ganz so gut für mich funktioniert haben wie der Tarte Shape Tape. Mittlerweile habe ich mit dem Tarte Shape Tape an sehr extrem trockenen Tagen auch Probleme. Ich finde aber, dass Revolution und Colourpop nicht ganz so extrem überzeugt haben wie Tarte Shape Tape bei mir zumindest. ist. XX Revolution ist ja ein Sister Brand. Da habe ich einmal die Farbe CX 0,7. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an den Concealer erinnern. Ich meine aber, dass ich ihn ganz gut fand. Ja, muss ihn aber halt einfach nochmal testen. Welchen ich allerdings sehr gut fand, war der Ultimate Radiant Under Eye Concealer von Revolution in der Farbe C1. Der hat sehr, sehr gut für mich funktioniert. Ist so ein kleiner Dupe, auch vom Packaging allein her schon zum NARS Radiant Concealer heißt er, glaube ich. Ja, wie gesagt, hat für mich super funktioniert. Es geht weiter mit ELF. Da habe ich einmal den Camo Concealer in der Farbe Fair Rose. Hat auch sehr, sehr gut für mich funktioniert. Ist halt wirklich eine extreme Deckkraft. Also auch hier, weiß nicht, ob der für extrem trockene Augenpartien funktioniert. Was allerdings gut für extrem trockene Augenpartien funktioniert, ist der Flawless Brightening Concealer von ELF. Hier habe ich die Farbe Fair 10C. Der kommt mit so einer Pinselspitze. Er erinnert an den LA Girl Concealer. Ja, bevor ich den das nächste Mal benutze, werde ich die Spitze erstmal reinigen, weil ich ihn jetzt schon länger nicht mehr benutzt habe. Und hier gilt eben das Gleiche wie für den Schwämmchen Concealer. Es sammeln sich extrem viele Bakterien hier oben drin. Das heißt, der wird erstmal sauber gemacht und dann werde ich ihn wieder benutzen. Ich mag ihn aber sehr, sehr gerne. Bevor wir dann zu meinen High-End Concealern gehen, kommen jetzt wieder die Concealer, von denen ich immer nur, also von jeder Marke habe ich da nur einen. Ich habe einmal den Sephora Best Skin Ever Concealer in der Farbe 03. Kann mich auch hier nicht mehr daran erinnern, das ist schon ein bisschen her, dass ich die Foundation und den Concealer zusammen getestet habe. Ja, deshalb mal schauen, beim nächsten probieren, ob er mir noch gefällt. Der Melani Conceal & Perfect Concealer in der Farbe 100 Pure Ivory hat mir allerdings sehr, sehr gut gefallen. Ist halt auch eine sehr gute Deckkraft, gehört so zu der Conceal & Perfect Reihe, zu der ich ja auch die Foundation habe. Ja, extreme Deckkraft, wie gesagt, auch hier, falls ihr sehr trockene Unteraugen habt, vielleicht fernhalten. Von Wet & Wild habe ich einmal den Concealer, den Photofocus Concealer in der Farbe, finde ich es irgendwo, Light Ivory. Jo, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, aber wenn ich ihn mir so angucke, finde ich, sieht er extrem dunkel aus, so im Vergleich zu, ich zeige euch nochmal den Concealer, der eine gute Farbe für mich ist, also er ist sehr dunkel, sehr pink, ja, mal schauen, ich muss ihn nochmal swatchen und da mal gucken, ob er bleiben darf. Den habe ich euch ja gerade schon mal in die Kamera gehalten, das ist der Infallible Concealer von L'Oreal in der Farbe 320 Porzellan. Mag ich sehr gerne, ist auch so ein kleiner Shape Tape Dupe und hat für mich super funktioniert. Den Concealer von Collection, einem englischen Drogerie Brand, der ja auch extrem gehypt wird, habe ich mir in London mal mitgenommen. Ich habe die Farbe Extra Fair 0, habe ich noch nicht getestet, freue mich aber schon drauf, weil es da wirklich einen extremen Hype drum gibt. An den Rivaldi Loop Natural Touch Concealer erinnere ich mich nicht mehr, ich habe die Farbe 01, ich meine aber, dass ich ihn ganz gut fand, sonst hätte ich ihn, glaube ich, schon direkt aussortiert. Ja, muss ich nochmal testen. Bevor wir dann zu meinen High-End Concealern gehen, kommen wir zum Trended Up Rosy Touch Concealer in der Farbe 10, letztens erst getestet, mochte ich sehr gerne. Bei meinen High-End Concealern sind wir um einiges schneller durch, weil ich ehrlich gesagt eher immer zu den Drogerie Concealern greife, wenn es darum geht, neue zu kaufen. Liegt vielleicht daran, dass ich bei Concealern oft so ein bisschen geizig bin. Ja, keine Ahnung, irgendwie haut es mich immer mehr zu den Drogerie Concealern hin, als zu den High-End Concealern. Ja, hier habe ich einmal von der Marke Tarte, die mit einer meiner liebsten Brands ist und bei der ich auch sehr, sehr gerne die Concealer mag, habe ich den Rainforest of the Sea Concealer in der Farbe Fair. Ist ein sehr, ich will jetzt nicht sagen leichter Concealer, ein flüssiger Concealer ist das richtige Wort, hat aber trotzdem eine tolle Deckkraft, ist extrem gut für trockene Haut geeignet und ja, wirklich ein Schätzchen. Und dann habe ich natürlich den berühmten Shape Tape, einmal den normalen, einmal den Ultra Creamy, genau, ich habe Ultra Creamy in der Farbe 8B und den normalen in der Farbe Fair Neutral. Ja, haben für mich beide gut funktioniert, allerdings, wenn ich extrem trockene Unteraugen habe, was jetzt wirklich im tiefsten, kältesten Winter vorkommt, kann ich beide nicht benutzen. Ich finde, der Ultra Creamy und der normale geben sich auch nicht viel, muss ich ehrlich sagen, also machen für mich keinen Unterschied. Ja, dazu gab es auch ein Testvideo, ich, wie gesagt, habe keinen Unterschied gesehen und ich kann die beiden halt nicht benutzen, wenn ich extrem trockene Haut habe. Da ist dann der Rainforest of the Sea Concealer auf jeden Fall besser geeignet. Trotzdem tolle Deckkraft und ja, das ist wohl meiner Meinung nach mit der gehypteste Concealer, den es gibt. So, wie ich gesagt habe, sind wir bei Concealer schneller durch. Jetzt zeige ich euch die ganzen Concealer von den Marken, von denen ich nur einen habe. Tarte ist wirklich das einzige Brand, von dem ich mehrere habe. Ja, gut. Von Too Faced habe ich den Born This Way Multi Use Guiding Concealer in der Farbe Snow. Perfekte Farbe für mich. Kann man auch als Foundation benutzen, weil er eben einen sehr großen DoeFoot Applikator hat und ja, funktioniert sehr, sehr gut. Der Anastasia Beverly Hills Concealer ist relativ neu auf dem Markt und somit auch relativ neu in meiner Sammlung. Ich habe die Farbe 1, hat auch sehr, sehr gut für mich funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Tolle Deckkraft und hat sich auch toll ausblenden lassen. Den Jouet Concealer habe ich in der Farbe Snow, hat auch sehr gut für mich funktioniert, ist ein High Coverage Concealer. Trotzdem hat er für mich sehr gut funktioniert, weil er halt auch Hyaluronsäure mit drin ist. Das heißt, er ist auch so ein bisschen Feuchtigkeitsspenden noch und ja, ist so ein kleiner Dupe zum Tarte Shape Tape. Also so wird er zumindest gehandelt. Den Hello Fab Concealer von First Aid Beauty habe ich mir nachgekauft. Den ersten hatte ich mir aus L.A. damals mitgenommen, weil es da First Aid Beauty hier noch nicht gab und ich fand den Concealer so toll. Also das ist der Ben, die Avocado Concealer. Ich habe ihn in der Farbe 1. Der hat mir so gut gefallen, dass ich ihn noch mal nachgekauft habe, was bei Concealern auch nicht so häufig bei mir vorkommt, außer so meine Staples und das ist einer geworden. Ganz, ganz toll unter dem Auge, wirklich super Deckkraft, lässt sich wunderschön ausblenden. Ich meine, dass ich ihn online bestellt habe bei Look Fantastic. Googelt am besten einfach First Aid Beauty und dann seht ihr, wo ihr den kriegt. Also wirklich ein Spitzenprodukt von einer Marke, von der man es vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber ja, hat wirklich sehr, sehr gut für mich funktioniert. Von Fenty Beauty habe ich einmal die Farbe 100, passend zur Foundation von der Farbe her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Muss ihn noch mal austesten, ob ich ihn mag oder nicht. Den Concealer von Jeffree Star habe ich in der Farbe C2. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Hat gut für mich funktioniert. Packaging finde ich jetzt nicht so schön. Ich hasse das, dass das oben so einen riesen Klotz drauf hat, aber okay. Ja, wie gesagt, hat sehr gut für mich funktioniert. Der ist mir fast sogar einen Ticken zu hell, was unglaublich ist, dass ich das mal über den Concealer sagen kann, aber ja, also wenn ich den benutze, ist es schon ganz schön gehighlighted unter meinem Auge. Dann habe ich von Huda Beauty den Concealer in der Farbe Marshmallow. Ich meine, dass ich den ganz gerne mochte. Der hat so eine Metallspitze hier vorne, das heißt, ihr könnt es schön damit auftragen. Sehr hohe Deckkraft. Ich meine, mich zumindest so dran erinnern zu können. Aber wie genau es sich unter meinem Auge verhalten hat, das weiß ich nicht mehr. Den Stay Naked Concealer von Urban Decay habe ich in der Farbe 10NN. Den mochte ich ganz gerne. Hat gut unter meinem Auge funktioniert. Genau. Den Rare Beauty Concealer habe ich in der Farbe 110N. Ich meine, dass der auch ganz gut für mich funktioniert hat. Ja, muss ich aber auch nochmal testen. Ist ja noch relativ neu in meiner Sammlung. Und last but not least, einer meiner liebsten Concealer mittlerweile, der Nabla Regeneration Concealer in der Farbe Porzellan. Der hat auch so ein Schwämmchen, weshalb er gerade auf meinem Schminktisch steht und aufgebraucht wird. Ich habe es ja vorher schon gesagt, sobald ich so ein Schwämmchen Concealer anfange, wird er auch aufgebraucht. Und ja, ich muss ehrlich sagen, den werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ganz, ganz tolles Produkt, funktioniert spitze bei mir, wirklich unglaublich schön. Ja, habe ich bei Purish damals gekauft und ein Spitzenprodukt, also wirklich absolute Empfehlung. Das waren dann meine Foundations und Concealer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!